Hey Leute, es wird euch jetzt schon zum zehnten Part von Super Mario World 3 Day. Wir sind in Welt 4, Level 5 und starten natürlich direkt rein. Wie es hier läuft, ist ja sehr gut. Haben alles soweit gefunden und ja, da werde ich getroffen. Ach, das war keine gute Idee von mir. Das war einfach keine gute Idee von mir. Oh ne, ich sterbe wieder durch. Ja, ne? Ich glaube, es ist nicht gestorben. Gut, wir gehen jetzt ins... Wie hieß das Level eigentlich? Habe ich jetzt nicht aufbeachtet. Oh, und! Das ist auf jeden Fall ein Berg, ist ein Stacheldinger, das gefällt mir als Mensch. Als ob hier nicht was ist. Oh, der Stempel. Schön, auch drei Sterne und wir haben dieses Level auch zu 100%. Und die Fahnen natürlich, die ich ja oftmals verkackt hier beim ersten Fall so. So, erster Stern. Okay, so. Ich verstehe, aber es gibt hier den ersten Stern, oder? Ja, da oben ist er noch. Und es ist der erste, schön. Ja, hätte ich doch gewundert, wenn es der zweite gewesen wäre, weil unterwegs war ja eigentlich so noch gar nichts. Ach komm, ich bin doch auch nicht drauf gesprungen. Okay, kein Pilz, okay. Habe ich kein Item auf Reserve? Ne, habe ich auch nicht. Klasse. Egal, halb Zeit, schon. Also manche Level sind echt kurz, oder? Wir schmeißen rein. Und rüber da. Das war knapp. Oh, ein Stern. Nice. Das ist ja der nächste. Yo, okay. Da oben ist bestimmt was Bestimmt Ich hab keine Katzenmache Um da hoch zu kommen Ich weiß nicht, ob ich hier was bekomme Ich besiege Aber Hier gab's doch Und da haben wir Katzenmaul Da oben ist 100%ig was Sonst würde man ja nicht einfach so hoch gehen können War das so klar? War das so klar? Damit haben wir den zweiten Stern hier auch Das ist einfach zu offensichtlich Fehlt uns nur noch ein Und schon haben wir dieses Level auch zu 100% dann gelöst Okay, ein Stern und die Fahne Ich vergesse immer noch die Fahne Letzten Stern habe ich gesehen Ja, haben wir auch Also wir warten, wir warten Ich hab Geduld, ich hab Geduld Ja, fast wieder Wohren wir Ah, getroffen Und nochmal Nein So, warten wir kurz Und rüber Und rüber Und rüber Und rüber Und drauf da Und Nein Ach, das kann man Ach, schön Ja, Leute Wisst ihr was das heißt Ich werd das Offscreen nachholen Einfach mal den Sprung verkackt Es war so klar Dass es wieder passiert Ja Na okay Gut, muss das immer Nächstes Mal machen Ja Ja, ja, ja Böse, böse, böse Okay, was haben wir hier So einen kleinen Gegner Und dann kriegen wir da bestimmt ein extra Extra, extra, extra Extra Level Das erste versteckt der auf Feuerbrüder Ach, da gibt's mehr davon Okay Oh, Feuerbrüder Feuerbrüder So, springst du hin Und Yeah Gibt ein extra Stern, schön Die Feuerbrüder Oh, Trillinge hier Trillinge Also kriegen wir da oben Ein Zelt oder sowas Finde ich echt cool So ein paar Items und so Ah, das ist glaube ich Nur so ein Zelt Für Stempel, oder Sehen wir jetzt Ja, ist nur ein Stempel Schade Ich hätte gerne Items gehabt Ja, die Karte füllt sich langsam Die Karte füllt sich langsam Sehr schön Na, ich gehe auch mal wieder davon aus Acht Welten plus Bonus Welt Hat sich jetzt eigentlich schon so langsam Bei Super Mario ja Ja, hat sich einfach so Ergeben So ist man's Go Bird Und ab in die Festung Wir gucken auf die Karte Haben wirklich Ja, die Fahne dann Die Fahne fehlt uns dann Aber hier haben wir alles Hier haben wir auch alles Hier haben wir auch alles Ja Schön, also finden Sie noch Ein Level und eine Fahne Ach, 50 Sterne Die können wir uns locker leisten Die haben wir Da wir so fleißig am Sammeln sind So, Vierburg Boss Karum Ich bin gespannt Ach, Lara Oh ja, klar Das war scheitert Okay Easy Es läuft doch so Erste Stirn Excellent Oh Oh, hier Oh, komm Und der schafft den Sprung dann nicht Weil ich so ein Stück rüber springen musste Egal, aber sind wir wenigstens jetzt groß So, komm mal raus Sauber Ach, komm, erstmal schön daneben gelaufen Oh, komm, Mario Drauf das Ding Und hol uns den ersten Stern ab Nehme dich mal mit, oder? Oh, ich hätte den Sprung wieder fast verkannt Okay, so Aber wir kriegen Ach so, Mario Ok Egal, ich würde schon bei Woah Oh, crap Gut Ah, hübsch ist es, hübsch, oder? Da links, da war doch was, oder? Egal, wir gehen erstmal hier rein. Das war der Stör, war knapp. So, ich gesehen, kommt mein Huch, glaube ich, hoch, oder? Bring, bring, ja. Ja, doch, das bringt uns was, ja. Komm auch auf der einen, auf der anderen Seite ist nix, sowas aus. Oh, da hinten ist, da hinten ist noch der letzte. Können wir den hier, können wir den dagegen werfen, dass das nix hat? Ja, das funktioniert, sehr schön. Okay, Leute, ey, wir brauchen nix mehr von euch, also auf Wiedersehen. Wir haben alle so, ein Boss. Komm schon. Okay. Nein, erstmal schön in den Neuen gerufen. chill doch mal ein bisschen also die herausforderung ist getrunet klasse so in sein gesicht noch ein treffer da musst du eigentlich besiegt sein wenn man von den üblichen drei treffern ausgibt was man auch machen kann ich hoffe dass ich jetzt den sprung nicht wieder verkacke sonst muss ich mir unten echt meine item leiste dauerhafte katze einbuchen lassen das spiel mit luigi ist doch einfacher zu kommen aber mit mario geht das doch auch wenn der sprung immer wieder funktioniert und so will er nicht so wie ich will level beendet 60.000 punkt und okay gegen ihn als stempel war eigentlich zu erwarten 109 sterne schon wir haben jetzt welt 4 geschafft das heißt die helft haben erreicht ok plus bonuswelt aber gucken die bonuswelt wird bestimmt die wird nicht lustig erstmal eine neue röhre in eine neue welt vielen dank speichervorgang ja abschließend so ich mache hier kurz schnitt rein und hole hier die fahne leute bis gleich so leute weiter geht's wir haben die fahne geholt damit haben wir ja guck auf die gaffe alles hier welt vollständig ab nach welt 5 war zählter part vier welten fertig so kann das weiterlaufen läuft sehr gut mal sehen wie lange noch jahr Hebben mit 51 an welk 5 1 sonnenbrand am tropenstrand so gut trotzig so ist nun sind diese Ah ok und schlusslich einsammeln. Oh ho ho der Boomerang. Ah hinter ist doch bestimmt was oder? Ja der erste Stern, schön. Irgendwie war's ja klar. Da oben ist bestimmt auch was oder? Ja noch eins der Teile. Da müssen wir eigentlich von hier rankommen oder? Weil sie verfolgen mich. Die haben mir gegeben. Und lang ist... Okay so nicht. Hier müssen durch und runter. Hier wollen wir leben. Ich hätte eher gedacht... Oh ok was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Ok das war nicht geplant. Egal die haben sie besiegt. Es fehlt aber noch eins. Ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig. Schau mal hoch. Oh hier gibt es extra Zeit. Schau mal hoch. Ok. Das ist bestimmt ein Stern oder? Der dritte Stern? Ok. Oh. Wo ist denn der dritte Stern? Wo ist denn denn? Das war nicht geplant. Wo ist der zweite Stern? Da hinten ist was. Hier hinten ist was. Ja, ja, ja. Wir kommen hier hinten weiter, oder? Hier ist der Stern. Ja, hier ist der Stern drin. Ich bin hier hinten drin, wenn ich als Skulptur rumlaufe. Ne. Ach stimmt, ich bin kein Kuba, ich bin ein Goomba. Ähm, was? Der Stempel fehlt noch. Der Stempel fehlt noch. Ich habe es ja auch nirgendwo gesehen. Okay, wir haben auch hier jetzt die Halbzeit erreicht. Okay, wir haben aber alle drei Sterne schon. Also, wir sind hier noch erwartet drin. Ach. Ja. Okay, okay, okay. Und. Wasser Spaß mit Klessi, ne? Hier irgendwo auf der Strecke ist bestimmt... Und der Stempel. Ah, da rechts, da rechts, da rechts, da rechts, da rechts. Boah, sauber. Huch, war knapp. Oh yeah. Der neue Yoshi, ne? Oh, der winkt uns zu. Er ist freundlich. Er ist ein ganz netter. Ein ganz netter. Ja, ja. Ich würde jetzt gerne den Koopa-Anzug verlieren. Danke. Aber ich würde schon mal gerne töten. Komm. Komm hoch, komm hoch. Okay, er will ich. Und wir holen uns den Katzen-Mario und zack da ran und hoch da. Puu Puuu. Also, das mit den Katzen-Mario wird ich glaube ich wirklich beibehalten. Gut, dass ich unten mal einen habe fürs Ziel. Aber dann kann man es nicht verkacken an der Fahrrad einfach noch hochglittern kann. Weil immer ein ganzes Level nur wegen so einer Fahrrad noch zu spielen. Ey, das nervt echt. Das nervt echt. Ja, damit haben wir die erste Welt in 5 geschafft. Haben 112 Sterne. Scheiden 2, 3 Welt und 3. Okay, keine Welt, sondern Level. Und, oh ja, der links sieht schon mal gar nicht freundlich aus. Gar nicht. Gut, Leute, aber das sehen wir dann erst in der nächsten Part. Bis dahin und ciao.